Wir waren heute mal in Detmold unterwegs und haben die Kids und ihre Eltern gefragt, ob sie noch Erinnerungen an ihren ersten Schultag haben. In meiner Schultüte waren viele Süßigkeiten und die war aus Filz. In meiner Einschulung hatten wir direkt am ersten Tag eine Freundin. Ich kann mich besonders gut daran erinnern, als wir das erste Mal richtig in der Klasse saßen, der Unterricht richtig angefangen hatte. Ich bin den Weg nach der Schule direkt alleine nach Hause gegangen. Wir sind da auch zu Fuß hingegangen, weil wir nur eine Straße weiter wohnten. Und da kamen dann natürlich Oma und Opa mit und waren alle total aufgeregt. Also das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist eigentlich meine Schultüte, die Mama für mich gebastelt hat. Und dass alle meine Freunde da waren und meine ganzen Verwandten und ich ein paar kleine Geschenke gekriegt habe. Ich hatte eine große Schultüte und dann haben die Zweiten was für uns vorgespielt mit einer Wolke. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir eine Stunde Unterricht schon hatten. Und die waren mit einer Rakete. – Ja. – Ja. Untertitelung des ZDF, 2020